Ja, heute Thema Schwarmdummheit versus Schwarmintelligenz. Parteimitglieder und Wählerinnen bitte melden. In einigen Tagen ist die nächste Talkshow bei dem neuen Markus Lanz. Da werden Zuschauer und Parteimitglieder gesucht. Also herzlich eingeladen mitzumachen. Hier unten rechts an dem runden Ding bitte schneller drehen. Da ich ja so langsam rede. Ja, also ich habe so ein bisschen gegoogelt zum Thema Schwarmintelligenz und Schwarmdummheit. Schauen wir es uns mal an. Also als erstes mal die Aussage, das ist glaube ich, was viele nicht verstehen. Oder ich gehe nochmal zurück hier. Also, was viele nicht verstehen ist, dass wir Menschen leider irgendwie, ja, wir leben in einer Kultur der Selbstüberschätzung. Es ist, viele Psychologen haben den Eltern gesagt, sie sollen ihrem Kind keine realistische Rückmeldung mehr geben und ihm nicht ganz klar machen, Ja, hoppla hier, sie guckt doch mal, du hast in Mathe eine 4. Also du gehörst zu den dümmsten der Gesellschaft. Und deswegen back mal ein bisschen kleinere Brötchen und versuche einen guten Job zu finden, der deinem niedrigen intellektuellen Intelligenzniveau entspricht. Ja, das sagt heute niemand mehr seinem Kind, sondern man sagt, aber du bist der Klügste, du Intelligenteste, der Schönste. Und auch wenn du nur in 5. Mathe hast, du bist trotzdem das Genie schlechthin. Und so haben wir mittlerweile eine Situation, dass lauter Menschen sich total überschätzen, obwohl sie noch nie irgendwo eine Leistung gebracht haben, die das rechtfertigen würde. Wir haben wir quasi sozusagen diese, wir sind eine Gesellschaft des Größenwahns geworden, der Selbstüberschätzung, des pathologischen Selbstbewusstseins, riesiges Selbstbewusstsein, nichts dahinter. Und dann kommt es dazu, dass eben auch die Leute, obwohl sie noch nie was über Menschen gelernt haben, meinen sie aber doch alles über Menschen zu wissen. Noch nie etwas über DNS und deren Verhalten gelernt haben, also über unsere Gene und wie sich generell alles verhält, wie die Evolution funktioniert. Die meisten haben nicht die geringste Ahnung, wie ganz genau Evolution funktioniert und so weiter. Aber sie meinen, sie könnten alles und wüssten alles darüber und könnten einen Staat steuern und haben dann irgendwelche verträumten Ideen. Und ja, und das ist eben leider sehr gefährlich, weil das natürlich dann auch dazu führt, dass wir, wir haben ja hunderte von Kleinparteien in den letzten Jahrzehnten gehabt, in denen alle möglichen unrealistischen Träumereien sozusagen ohne jeglichen Realitätsbezug natürlich kläglich scheitern mussten. So, allerdings auch deswegen, weil auch noch eine zusätzliche Formel gilt, Deutschland ist eine durch und durch kranke Gesellschaft und da geht es niemals um Kompetenz. Wir sind eine sogenannte Prominenzgesellschaft, also alles geht nur nach Prominenz. Sie können der Dummste der Welt sein. Wenn Sie Prominenz sind, werden Sie überall gezeigt. Jede wertlose Idee, die Sie haben, wird sofort berichtet werden. Und schauen wir es uns nochmal an hier, bitte Parteimitglieder, Sie gehen einfach auf nextscientistforfuture.de und gehen dann, rufen an oder schicken eine Mail und wir vermitteln dann den Kontakt zu der neuen Talkshow. Und die andere Möglichkeit, auf der Homepage finden Sie dann auch den Link Live-Ticker und da finden Sie dann auch diese Sachen hier. Also leider ist es eine Tatsache, dass für unsere heutige Welt gilt, Prominenz 56, ja, die Next Scientists for Future hat sich ja einer simulierten Bundestagswahl gestellt und dann die 56% Wählerstimmen erreicht, begeisterte Wähler erreicht. Prominenz 56 plus Kompetenz 0 ist 0. Leider gilt da diese ganz einfache mathematische Regel, multipliziere etwas mit 0, dann kommt 0 raus. Aber leider gilt eben auch Kompetenz 56, 56%, ja, mal Prominenz 0 ist auch 0. Ja, also das ist leider auch so. Gut, Sie können Kompetenz 100.000 haben, multipliziert mit Prominenz 0 ergibt in unseren Gesellschaften 0, weil Sie niemanden erreichen, weil unsere Gesellschaft ausschließlich prominente Personen beachtet und nicht sonst. Schwarmintelligenz 0, ich habe einfach mal ein bisschen gegoogelt zum Thema Schwarmintelligenz und Schwarmdummheit und lese einfach mal vor, was ich so für Google-Zitate, was ich so für Zitate gefunden habe. Denn die Gefahr ist auch, dass man denkt, man bräuchte kein Wissen, man bräuchte kein Kennkönnen, um ein Land zu regieren und bräuchte deswegen auch keine externen Experten, sondern die eigene Schwarmintelligenz, sozusagen die Schwarmintelligenz von Ungebildeten und Unwissenden würde ausreichen, um ein geniales Parteiprogramm zu erzeugen. Ich fürchte, dass solche Illusionen unterwegs sind und deswegen jetzt einige Zitate dazu. Schwarmintelligenz heißt es da, wenn man googelt, von wegen, eher Schwarmdummheit. Zitate aus Artikeln Gemeinsam sind wir blöd. So kann es passieren, dass wir felsenfest davon überzeugt sind, gemeinsam zur richtigen Antwort gelangt zu sein, aber trotzdem katastrophal daneben liegen. Die Schwarmintelligenz ist zur Schwarmdummheit geworden. Im Kollektiv steigt nur die eigene Überzeugung, nicht das Wissen. Und sie brauchen Wissen, um Deutschland richtig zu regieren. Auch Gruppendruck macht nicht klüger. Der Mitläufer in uns nachzudenken und zu einer verlässlichen Überzeugung zu kommen, das haben die nextscientistforfuture.de seit 52 Jahren gemacht. Ich habe wissenschaftlich nachgedacht über, wie reformiert man Deutschland richtig, wie erzeugt man eine echte Demokratie, wie macht man das richtig, ohne jetzt zum Beispiel solche Konzepte zu haben, wie wir machen jetzt jede Woche eine Volksabstimmung. Die Frage ist, werden alle diese Volksabstimmungen zu qualitativ schlechten Ergebnissen führen und zu einer Katastrophe führen, weil niemand von nichts eine Ahnung hat, aber ständig über etwas abstimmt, von dem er überhaupt keine Ahnung hat, über das er überhaupt kein verlässliches Wissen hat. Zu einer verlässlichen Überzeugung kommen, so wie das die nextscientistforfuture gemacht haben. Die kann man dann mit anderen diskutieren. Vielleicht schaffen wir dadurch dann doch den Schritt von der Schwarmdummheit zur Schwarmintelligenz. Und noch weitere Zitate aus dem Googeln. In einem schwarmdummen System wird zusätzlich das Vernünftige, Logische diskriminiert und als schlecht und negativ dargestellt, wobei Verbesserungsvorschläge ignoriert werden. Ja, wir müssen ja, wenn wir als next scientists for future, wir müssen ja ständig Vernunft reinbringen, wo bisher vorteilbringende Irrtümer als parasitäre Meme, als Killerviren des Geistes, das den Geist auch vieler Parteimitglieder verwirrt haben und in die Irre geführt haben. Da müssen wir korrigieren durch das Vernünftige, durch das Logische, durch echtes Wissen und echte Kompetenz und echtes Können. Das wird aber in den schwarmdummen Systemen leider eher als, wird zusätzlich das Vernünftige, Logische diskriminiert und als schlecht und negativ dargestellt, wobei Verbesserungsvorschläge ignoriert werden. Und das ist die große Gefahr, wenn man sich sozusagen dem Aberglauben an die immerwährende Schwarmintelligenz hingibt. Ja, dann geht es weiter mit den Zitaten. Der Effekt der Schwarmdummheit. Schwarmdumm, so blöd sind wir nur gemeinsam. Schwarmdummheit, die so tragisch enden kann. Die Schwarmdummheit macht uns am Ende selbst ganz verrückt. Dieser Effekt betreffe alle Gremien in Politik und Wirtschaft, überall wo man zusammensitze und diskutiere. Noch einmal, weil es so wichtig ist, gerade jetzt für die Parteien, weil die Leute da etwas verwirrt sind und nicht wissen, Schwarmintelligenz oder Schwarmdummheit. Was machen wir da gerade sozusagen? Und wie wichtig ist es, externe Experten, externe Reformer, sozusagen wissenschaftliche Beiräte gründlichst zu hören, bevor man vielleicht aus Unwissenheit raus in eine völlig unrealistische Richtung hin konsensiert sozusagen oder abstimmt. Ja, also noch einmal, dieser Effekt betreffe alle Gremien in Politik und Wirtschaft, überall wo man zusammensitze und diskutiere. Ein derartig zustande gekommener Konsens kann eine schlechte Entscheidung sein. Die dumme Seite der Schwarmintelligenz. Der Schwarm versagt. Ja, in der Summe ist das die ganz klare Empfehlung, die externen Reformer zu hören, mit ihnen zu diskutieren, sie untereinander diskutieren zu lassen. Das hat übrigens bis jetzt nur die Partei wir2020.de gemacht und macht es weiter. Am nächsten, in ein paar Tagen ist die nächste Talkshow, wo das ständig weiter geschieht, wo es ständig um Reformen geht, ständig um Reformkompetenz geht. Das Tragische ist nur, dass bei sozusagen bei wir2020 die eine prominente Persönlichkeit als Kanzlerkandidatin, Kanzlerkandidat noch fehlt, die also über ihre Prominenz, wie war das? Hier braucht es eine ganz prominente Persönlichkeit, die auch, was weiß ich, Prominenz 40 wenigstens mitbringt und 40 mal 56, das gibt richtig viel, viel Effekt bei der Wahl. Aber ohne Prominenz, mit Prominenz 0 wird auch die Kompetenz am Ende zum Resultat 0 führen. Am Ende haben wir Parteien, die haben hohe Prominenz, aber keinerlei Kompetenz, die werden 0 Ergebnis haben. Also werden irgendwo unter 4,9 Prozent irgendwo die Wahlen verlieren und dadurch eher einen riesigen Schaden anrichten, weil dann nämlich alle, die mit 4,9 Prozent rausfallen, diese Wählerstimmen sind ja dann verloren. Und damit wird quasi diese Art, die Welt zu sehen, ja noch weniger berücksichtigt als vorher. Stellen wir uns vor, da sind drei Parteien mit 4,9 Prozent, das sind dann also über 14 Prozent der Wählerschaft, die dann überhaupt kein Gehör mehr in der Politik finden. Das heißt, dass die bisherigen sich irrenden Politiker völlig ungehindert durchregieren und sozusagen sich vielleicht sogar noch in ihren Irrtümern bestätigt fühlen. Also von daher kann man also nur sagen, Vorsicht, Vorsicht, das kann völlig nach hinten losgehen mit den Parteien und kann sozusagen genau das stärken, was man eigentlich schwächen wollte. Also noch einmal, das Ganze, was ich ergoogeln konnte über Schwarmdummheit und Schwarmintelligenz, ist eine ganz klare Empfehlung, die externen Reformer zu hören, mit ihnen zu diskutieren, sie untereinander diskutieren zu lassen, so neues Wissen zu erwerben. Das Problem ist, dass viele Leute, da hat man den Eindruck, die wollen gar nicht neues Wissen erwerben, weil die schon in der Illusion leben, ich weiß doch schon alles, ich kann doch schon alles, ich bin doch schon der Größte. Und das ist die Tragik unserer Welt. Ja, also uns so neues Wissen zu erwerben. Ja, die Next Scientists for Future vom Weltrat, das ist eine riesige Wissensbibliothek. Ja, und dann über die verschiedenen Parteiprogrammvorschläge der verschiedenen externen Reformer unter Rückbezug auf das neu erworbene Gewissen zu konsensieren bzw. abzustimmen. Ich lese das nochmal vor. Also, so neues Wissen zu erwerben, fragen Sie sich selber, ob Sie überhaupt offen sind, neues Wissen zu erwerben. Die meisten Menschen sind das nicht mehr. So neues Wissen zu erwerben und dann über die verschiedenen Parteiprogrammvorschläge der verschiedenen externen Reformer. Also die Next Scientists for Future sagen ja, schreiben Sie als obersten Satz ins Parteiprogramm, Wir ziehen bei jeder Reform 16 externe, 17 externe Reformer, die 17 weltbesten externen Reformer zu Rate und wir ziehen die hinzu beim Reformieren, stützen uns dabei auch wesentlich auf die besondere Reformkompetenz der nextscientistsforfuture.de. Und damit wäre schon ein restlos überzeugendes Parteiprogramm vorhanden und dann kann man noch ein paar Details reinbringen, wie läuft das bei der Gesundheitsreform, der Arzt wird belohnt für Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung und, und, und. Und so kann man noch ein paar Beispiele für Parteiprogrammaspekte machen und dann reicht das denen wieder. Dann sehen die, aha, diese Partei will das, was mir gut tut, belohnen lassen und will das, was mir nicht gut tut, nicht mehr belohnen. Sie will gesunde Ernährung für mich belohnen und so weiter. Ja, und diese Partei will ich. Das braucht dann keine große Sache zu sein. Ja, also so neues Wissen zu erwerben und dann über die verschiedenen Parteiprogrammvorschläge der verschiedenen externen Reformer unter Rückbezug auf das neu erwerbende Wissen zu konsensieren bzw. abzustimmen. Nur so geht richtiges Regieren, ja. Alles andere geht nicht. Es geht auch nicht, wenn die externen Reformer Mitglieder der Parteien werden, dass dann kriegen sie wieder zu viel Einfluss, sondern die Parteibasis muss die Oberhand behalten. Niemand darf in eine Position kommen, dass er sozusagen eher der Basis sagt, was sie denken soll, anstatt dass die Basis entscheidet, welches die kompetentesten, aus ihrer Sicht kompetentesten Vorschläge sind. Auch dann kann die Basis immer noch drastisch daneben liegen, aber dann hat man es wenigstens richtig probiert. Ja, und dann so ein paar Zitate, ja. Aber im Moment läuft auch das Spiel, das wir ja in der Wissenschaft Projektion nennen. Ich glaube, sehr viele Menschen laufen heute rum mit der Welt und denken, ich bin der Gute, du bist der Böse. Und so kommen wir aber zu keiner Lösung. Das gibt nur Krieg, nur Gewalt. Vielleicht liegt es auch daran, dass in der ganzen Sache jetzt, in all diesen kontroversen Themen, dass die ganzen rechtsradikalen Wühler, also die ganzen rechtskriminellen Verfassungsfeinde, die in Wirklichkeit einen Umsturz wollen und eben einen Führerstaat wollen, während die linkskriminellen Verfassungsfeinde wieder einen Stalin-Staat wollen oder einen Honecker-Staat oder eine Mao-Diktatur wollen sozusagen und selber der Diktator werden sein wollen, dass diese ganzen Umstürzler diese ganzen Diskussionen benutzen, um eben sozusagen, ja, man sieht das ja auch an den ausgehobenen Waffenlagern, dass es da um Umsturzvorbereitungen geht, um Vorbereitungen von neuen Diktaturen. Und vielleicht ist das der Grund, warum im Moment überall so die Tendenz ist, die Leute zu ermutigen zu dem Projektionsvorgehen, ich bin der Gute, du bist der Böse und jetzt schlage ich dir einer über den Schädel. Also das ist verfassungsfeindlich hoch 10, also überprüfen Sie das bei sich selber. Ja, denn sonst besteht die Gefahr, dass durch diesen Einfluss dieser Extremisten sich sozusagen all die neuen Parteien als regierungsunfähig herausstellen werden, mit einem regierungsunfähigen und unwählenbaren Auftreten sozusagen scheitern werden, zwangsläufig. Ja, das war's. Dann kann ich jetzt nur hoffen, dass nach unserem gestrigen kurzen Telefonat, der Herr Rumberg heute vielleicht noch zurückruft, Parteivorsitzende von Wir 2020 EU, und dass er nicht in der Illusion lebt, dass er schon wisse, wie Deutschland regieren gehen würde. Das hat uns 52 Jahre Knochenarbeit gekostet. Das ist das Schwierigste, die schwierigste Aufgabe überhaupt. Und wenn man da keine richtige Qualifikation dafür hat, sollte man es lassen. Man kann es nicht. Es wird in einer Katastrophe enden. Ja, tschüssi, bis bald.